Vielleicht mal für alle, die nicht so gut Englisch können, da geht es so ein bisschen darum, man muss sich entscheiden, möchte man zu Hause bleiben oder möchte man ganz weit weg und mal was Neues erleben und ich hoffe, euch gefällt's. Far away, far away, where nobody knows, where nobody knows, down Aime, it's the place where I wanna stay, come on, take my hand, we'll make it all the easy way and now, I wait to see your eyes close slowly and I, I brush away the tears I never knew what's gonna come in my way, but I kept running away, running away Oh, everyone, you've got to be strong, so I just keep holding on to what's left, what's left on me I keep the memory deep inside of me I hide it from, I hide it from the worst I hide it from, 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 I hide it Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020